Seit dem 27. Februar 2016 mache ich ihn schon fast täglich. Hauptsächlich Nintendo Let's Plays, aber auch anderen Stuff auf meinem sehr, sehr kleinen YouTube-Kanal namens Sveng Wurst LP. Der Körper lebt noch, der Körper lebt noch, der Körper lebt noch, der Körper lebt noch, der Körper lebt noch. Der Mensch ist keine Nummer. Prinzessinnen mit Sternen darf man nicht umbringen. Ja, gut, ähm, da bin ich genau der Falsche dafür. Das brauchen wir noch so inter... So fucking famous, selbst der Taxi-Fahrer kennt mich. Oh, und weiter geht's. Du hast einen Belohnungs-Sticker erhalten. Ja, toll, ähm, kann ich mir mein Pose-Album kleben. Du reist durch eine andere Dimension. Eine Dimension, die nicht nur von Freaks und Geeks, sondern auch von einem Zwerg namens Carlos bewohnt wird. Ja, wenn sich das nicht lohnt, wenn das nicht Spaß machen wird. Vielen Dank, nimm dieses Pokémon hier. Erst Dankeschön. Zwege erhält Labras. No whisk, no fun. Jetzt Prüfung beginnt. Verlasse diesen Ort, so schnell du kannst. Die Prüfung ist vorüber. Oh mein Gott, direkt mal in den Abgrund. Ja, und damit seid ihr gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eklodom. Joa. So weit, so unklar. So weit, so ganz gut. So weit, so viel geht's. So weit, so gut. Untertitelung des ZDF, 2020